die steckdosen oder die leitung leitung das war so gar nicht nein nein du hast nicht mich erschossen das waren die jungs die dadurch gerade gar nicht sicher ich glaube ich habe dich erschossen noch zu spät dann ist immer noch nicht so schlimm weil in der stadt sich taucht es nicht auf ein mal in meinem leben will ich im kofferraum mitfahren und dann darf ich nicht das war früher schon im kofferraum ja er ist haltbar wir fahren ja nicht weit wir haben uns hier vorne mal mit dem kofferraum unser froschmann ich nehme das einfach ausstecken naja er hat es doch geschafft kein vertrag rechts auf der straße sind einige gewesen das klingt nach panzer ja von links rüppentil 55 und rechts fährt pt 76 na ihr habt doch dieses rüppentil er fährt nach rechts vorbei auch sind beide nach rechts und außen gefahren oh von links kommt ein lkw pass auf hinter dir sind leute ich weiß nicht ich habe das gefühl die mögen mich nicht gar nicht wo das herkommen ja jetzt ist der andere da oh ja der kaputt kaputt hehehehe wir haben noch infanterie im Norden ja wieder da unter Beschuss hinter uns die 75 sind die Grenate da hingeworfen in die richtung unter Beschuss links von uns 75 Mann Feindfeuer Feindfeuer Mist jetzt liegt an dir Janne Janne hast du gehört? mach mir keinen Stress ja ich wollte nur sagen nicht dass du erstaunt bist dass du Schluss ist in welche Richtung muss ich schießen? links von dir ist Trophy wem hinter dir auf dem Feld rennt wieder wer aber ich glaube der ist noch etwas zu tief der ist in dem der ist in dem ähm Gebäude ah der ist in dem Gebäude oder sie schießt durch den Motorrad jetzt hat er mich zufrieden tödlicher Wintergarten sorry links war ich mal nicht mit ja das rächt sich jetzt aber ich sag was mindestens bis zum kommen gleich schon am gefängnis alle tut eine handgranate direkt artillerie du musst gar nicht anfangen